heute was geht ab heute findet man wieder zwei mutuellen stadt am selben tag weil er endlich wieder mal einen fehler gemacht hat und die zweite einladung rausgehauen hat für den selben tag ich hatte das ist schon mal passiert ich hatte zur selben zeit am selben tag zwei x-rays ich hab es geschafft wie du könnt ihr noch mal abchecken ich hoffe ich verlinke das unten wenn ich dran denke ansonsten morgen wieder also für euch heute weil ich das video ja morgen hochladen also heute zwei x-rays ich habe einen um 12.30 ne um 12 treffpunkt 12.30 und um 17.30 treffpunkt 18.00 ich glaube ich schaffe beide nicht wenn dann schaffe ich nur ein wir werden sehen aber auf jeden fall euch viel glück und passend zu dem thema schauen wir uns heute ein video an in dem zwei leute mutuell alleine geschafft haben es war damals schon eine coole sache eine große sache als wir den zu dritt gemacht haben aber zu dritt war ja leichter als erwartet moment ich drück mal play solange das video läuft zu dritt war ja leichter als erwartet dementsprechend man hat gemunkelt kann man den zu zweit schaffen es war im raum des möglichen mit der restzeit die übrig geblieben ist problem ist halt das wetter muss passen wenn das wetter passt wenn unlicht gestärkt ist dann schafft man es auf jeden fall ich drücke mal kurz noch mal auf stopp link ist unten in der beschreibung das video dann könnt ihr euch das original anschauen und zwar haben wir hier disney matt und stangiel oder stangiel und wir können hier das team von einem der spieler sehen und ihr könnt ihr auch schon sehen 80 prozent 80 prozent 80 80 das wird sogar nur 60 prozent also eigentlich nicht so ideal also das team ist nicht perfekt das sind nicht nur hunderter ich habe ein video herausgebracht wo wir gesehen haben dass es jetzt nicht so einen krassen unterschied machen aber bei solchen versuchen zählt jede sekunde und man sieht er hat jetzt nicht die hunderter am start wenn ich jetzt zum beispiel einfach so starten würde ich könnte sicher einen partner finden der 600 hat und ich habe 22 98 96 also das team wäre auf jeden fall besser aber schauen wir uns mal an wie gesagt das wetter muss stimmen und zwar muss es nebelig sein damit unlicht gestärkt ist so und los geht's und wie immer man kommt mit fünf sekunden verspätung ein fünf bis sieben sekunden wir können sie sehen zu zweit zwei steht da also wenn wir ihn machen zu dritt ist ungefähr 55 sekunden restzeit übrig zwischen 50 und 60 sekunden und die sache ist halt wie gesagt ohne wetter bonus so erstes das ist gleich ko der kollege kämpft mit einem mutter mutter eigentlich auch ein guter konter gegen mutter selbst noch kann man gar nicht sagen abschätzen also spoiler die schaffen es natürlich sonst hätte ich kein video drüber gemacht es kommt natürlich auch auf die attacke vom mutter an also focusstoß ist zu dritt schon schwierig geschweige denn zu zweit und er kann was kann er denn überhaupt wahrscheinlich wahrscheinlich die psycho attacke sieht ganz gut aus solide psychik ja genau ist eigentlich die beste attacke weil das total dagegen echt immun eigentlich ist man das zockt echt fast gar nichts ab irgendwie wir sind erst beim zweiten das wird jetzt kommt nummer drei gleich und wir sind fast bei der hälfte also echt krass wetter bonus haut rein so wir haben noch 40 sekunden bis zur hälfte und die sind fast bei der hälfte also es sieht machbar aus wir müssen den breaking point abwarten ihr seht sie zockt fast gar nichts ab das ist mutter nummer drei und die sind fast bei der hälfte so und 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 hälfte die sind zwölf sekunden im plus gewesen echt krass zwölf sekunden im plus so das schlaue was sie gemacht haben oder zumindest der eine den wir sehen ich weiß nicht ob der andere das auch gemacht hat werden wir gleich sehen wenn die das team wechseln und zwar die zweite runde da bleibt ja nicht mehr viel zeit übrig dafür so versucht man ja in der wenigen zeit die noch übrig ist so viel schaden wie möglich zu machen weil das zweite team stimmt so oder so nicht egal was passiert weil die zeit einfach so kurz ist dass da in der kurzen zeit einfach nur ganger rausgehauen wird und ganger dann so viel schaden macht wie möglich in den rest sekunden so weil die despoter machen die hauptarbeit erledigen so drei viertel wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als drei viertel vom youtube und dann in den letzten sekunden kamikaze angriff von den ganger so drittel der zeit noch und ungefähr ein viertel vom youtube noch übrig sieht ganz okay aus aber ihr wisst das wechseln kostet die zeit das ist das problem vor allem wenn wenn man stirbt also wenn man wechseln muss erhält der raid boss ein bisschen kp zurück ein bisschen leben hier spukball meutu alles klar also der hält schon mal nicht so viel aus wie despoter der hält nicht mal noch ein zweites der hält nicht mal eine zweite ladeattacke aus aber ihr seht es passt weg so team muss gleich gewechselt werden in den letzten paar sekunden letzten 50 sekunden kommen einfach die ganger mit ihrem kamikaze angriff so schnell wechseln du bist ja du bist du bist du bist und du bist hat echt starke arbeit geleistet so das finde ich echt schlecht so ein 60 prozent als das das hat 3060 prozent entschlecht das nicht mal max ich weiß es gibt ein breaking point und ab da macht es nicht mehr so einen großen unterschied ich weiß jetzt nicht den genauen breaking point von despoter weil ich mag es einfach jeden aber da ungefähr bei zehn sekunden restzeit ganz ehrlich es geht sogar noch besser aber schau doch glückwunsch an die klasse sache ich würde auch gerne mal machen natürlich wenn wir mal das richtige wetter haben und das youtube die richtige attacke dann werde ich auf jeden fall versuchen zu zweit es ist machbar die hat nicht das beste team und zehn sekunden restzeit also ich denke die zeit können wir auf jeden fall schlagen wollte ich euch einfach nur mal zeigen was so machbar ist wie zu zweit also es ist schon krass überhaupt irgendein legendär zu zweit zu machen aber mewtwo zu krass also dafür sollte echt einer von den zweiten hunderter bekommen ihr wisst youtube zu dritt was bekommt man 100 prozent zu zweit da sollten beiden hunderter bekommen aber das war's von mir ok viel glück heute bei eurem mutilates wie immer liken, subscriben, kommentieren checkt die anderen wie es ab folgt mir auf instagram, facebook, twitter schreibt unten in die kommentare wie es bei eurem mutilate dann lief wie gut ist der habt ihr ihn gefangen aber das war's von mir vergesst nicht pokemon is just business